Musik Einen wunderschönen Sonntag, willkommen zurück! Poly Bridge 3 Master Mode Level aus dem Workshop Die wurden überarbeitet und schwerer gemacht Und daran sitze ich jetzt schon wieder Eine Zeit lang Letzte Episode habe ich hier mit angefangen, mit dem Level Ich glaube nun, das Prinzip verstanden zu haben Nur an der Umsetzung hapert es jetzt Ich müsste das hier im besten Fall irgendwie umknicken lassen Das vermute ich Damit nämlich der Bus, der erste Wagen, hier oben landet Das Ding hier wegfällt Damit der zweite Wagen hier gegenfährt Das reinschiebt, wodurch die beiden Sachen runterfallen Und dann Tetris-mäßig eben Unser VW-Bus ins Ziel kommt Aber es fehlt hier noch so ein kleines bisschen an Am Feinjustieren Das ist leider ein Ticken zu viel Feinjustiert hier Er muss da hochkommen Und durch sein Gewicht das Ganze verschieben Ich glaube, ich muss hier noch eine weitere Straße hinmachen Ja Ja Ja, nee Fast Ideetechnisch fast Kann ich das hier irgendwie mit dem oberen Teil Das ist ja total irrsinnig hier Nee, das macht ja gar keinen Sinn Ich muss das hier irgendwie wegklappen lassen Es klappt weg Ja, aber dummerweise schon viel zu früh Es klappt weg Aber es klappt nicht so, wie ich es gerne hätte Dass es klappt Und sobald wir das hier hinmachen, wird es wieder zu massiv sein Sodass es dann nicht mehr umfällt Ja, doch Aber halt Falsche Stelle Ich würde den gerne hier oben rumfahren lassen Und den anderen dann unten rumfahren lassen Der muss weiter nach rechts gehen hier Ja, vielleicht auch nicht Komm schon Den ein bisschen weniger stabil machen Der muss noch mehr runterklappen Aber jetzt ist er zu weit unten Jetzt wird er nicht mehr da hochkommen, gell? Ja Das Ding hier muss ich runter machen Sobald ich das mache, wird es hier wieder zu eng für den anderen Kollegen Können wir hier die Lücke so ein bisschen Weitermachen, weil der Bus kommt schneller an Aber Er muss halt trotzdem noch irgendwie über die Lücke kommen Ja Komm schon Das ist nah dran Das muss einen Ticken kürzer sein Ja 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 Jetzt wird es wieder nicht hinhauen, gell? Ja Das ist nah dran Ich muss den hier irgendwie reinfallen lassen Das ist ein Ticken zu weit mit der Nase unten Das heißt, wenn ich den höher bringe Müsste er mit dem Rad besser aufkommen, um weiterfahren zu können Ja Nein Wieso fällst du nicht? Ist er nicht schnell genug? Oder weil der andere hier drauf liegt Dadurch ist das Gewicht höher Und deswegen schiebt er den nicht rein Da Oh, das ist schon ein cooles Level Wenn auch nervig an der einen oder anderen Stelle in dem Fall Gucken wir mal ganz kurz rein, was die anderen Lösungen so waren Meinst du sogar die günstigste Variante? Wow Ähnliches Konzept Oh, das ist so gut Das ist so gut Zettel Zwei Straßen, oder? Eine oben, eine unten Ne, der schiebt den an Jetzt bin ich gespannt Und dann kippt der runter Breit nochmal auf und fährt dann weiter, okay Dann haben wir hier James Das ist cool Okay, aber da wir das günstigste sind Müssen wir ganz kurz nochmal unsere Lösung hier preisgeben Weil wir sind günstigste Und deswegen Wird das auf jeden Fall Ähm Vermerkt mit einem Replay Das müssen wir dann schon einmal Hier zeigen, wie gut wir waren Es ist selten, dass ich die günstigste Variante habe Und deswegen nehmen wir das gerade mal mit Wenn denn der Workshop will Um die Replay zu speichern Und dann geht es weiter mit dem nächsten Level Bitte Ebenfalls nicht ganz so lange dauern Das wäre ganz cool That's the stretch Man kriegt Hydrauliken Man hat Die Motoren unserer beiden Äh Autos Für 4000 Ihr habt keinen Antrieb Ihr habt keinen Antrieb Ah okay Man muss mit der Hydraulik quasi den Anschubser geben Ich gehe stark davon aus Dass wenn ich das hier mache Falscher Knopf Wenn ich das hier mache Das Moped nicht groß genug sein wird Um den Ding zu erwischen, oder? Ja Ich will hier auf keinen Fall Irgendwas bauen müssen Mithilfe von Hydrauliken Dass er dann eben umkippt Ich will nur gucken Er wird den nicht berühren leider Der wird zu niedrig sein Ja Dann machen wir es so Da tricksen wir jetzt Oh man hat keinen Hydraulik-Controller Das funktioniert nicht Ah wie unverschämt Dann nimmt er mir sofort Den Wind aus den Segeln Ich wollte tricksen Ich wollte ihm halt oben Einen anderen Weg geben Der gerade so gehalten wird Damit er eben Oben lang kann Und dann macht's plopp Er fällt runter Das heißt Das muss eigentlich gefedert sein Weil er hat hier das Gewicht Boah das ist aber auch wieder ekelhaft Das Problem bei der Federung ist natürlich Das Problem bei der Federung ist Dass er ein bisschen an Schwung verlieren wird Wenn das runter geht Ich denke dass die Hydraulik eigentlich nur dafür da ist Um den Anfangsschwung zu geben Das funktioniert sehr gut Also dass du eben die Hydraulik nutzen kannst Eigentlich würden dann beide gleichzeitig angezogen werden Gucken wir mal auf ihn hier Ups Damit auf jeden Fall so ein Anstoß Gib mir doch mal jetzt das Ding da Was soll das denn Geht doch Hm Wenn das alles weg machen Wird er nicht weit genug runter gehen Um den blöden Ding zu erwischen hier Wie soll das gehen Wir haben auch wahrscheinlich keine Dingeanstellung hier Oder nee Natürlich nicht Ich hätte das wirklich gerne mit zwei Straßen gemacht Eine unten Eine oben Aber das geht nicht Wenn wir das so fest machen Wird es niemals funktionieren Es sei denn wir machen das gesamte Ding Ne aber selbst wenn wir das ganze wobbly machen Wird es auch nicht geben Weil das ganze nicht an der Wand Es darf nicht an beiden Enden komplett fest sein Das ist schon mal klar Es muss noch ein gewisses Maß an Bewegungsfreiraum haben Damit irgendwas geht Das ist zu niedrig Das würde gehen Aber er muss dann Hier runter sein Hier muss man auf jeden Fall noch so ein bisschen An Straße mitbringen Damit er auch die Möglichkeit hat Zurück zu kommen Das könnte ganz gut funktionieren Für ihn ja Tschüss Aber für ihn nein Könnte man beide gleichzeitig ziehen Nee Er kriegt dann diesen Ding nicht Das funktioniert leider nicht Reicht das hier Ich meine das wäre eh wieder egal Weil wir keine Nee es reicht nicht Er kommt doch nicht hoch Er käme da leider nicht hin Leider kommt er da nicht an diesen blöden Checkpoint Und er ist nicht schnell genug Was wieder heißt Okay man braucht hier Mehr Das ist immer noch zu hoch Sollen wir das hier komplett auf Federn machen Dann wird er vom Gewicht her nicht klappen Okay Er würde es klappen Aber das würde nicht gehen Das heißt Man müsste hier wiederum einen haben Der ihn am Anfang leicht hoch zieht Er ist vielleicht ein bisschen übertrieben Aber das Problem ist immer noch Ich habe keinen zweiten Anschub für den anderen Nee 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 So nicht Also beides gleichzeitig funktioniert auch nicht Dass man beide gleichzeitig zieht Weil ich habe hier die Die Checkpoints einfach übereinander Und der ist zu hoch für den Umgekehrt wäre es gut Aber so umklappt es nicht Ich meine es würde auch einen Sinn haben Dass hier eben 0,5 Meter Differenz ist Zwischen den beiden Bin ich mir eigentlich sehr sicher Das finde ich eigentlich eine relativ gute Straße aktuell Leider nicht in der Lage den oberen Checkpoint zu holen Und wenn ich dich hier hoch Wenn ich dich hier massiv mache Wird es halt auch wieder nicht funktionieren Das ist einfach nur zu rausholen Den fand ich ganz nice Den fand ich eigentlich relativ cool gerade Ich glaube nicht Ich glaube nicht dass der hier Massiv genug ist Das könnte gut sein Das Problem ist Ich muss hier eigentlich noch irgendwie Einen Timer einbauen Ja Ich kann nicht beide gleichzeitig ziehen lassen Das hatten wir eben schon mal Wenn ich hier beide gleichzeitig ziehen lasse Da ist das Problem Dass der natürlich hängen bleibt Dann gerne an der Straße Wieso wagst du nicht? Was ist dein Problem? Brauchen wir hier mehr Straßen? Ne Also das davor fand ich cool Und jetzt wird es nervig Dass es eben hier nicht Das funktioniert Das ist cool Yay Jupp Aber der klappt nicht Können wir den ziehen Und dann eben sagen Okay weißt du was Wir geben dir hier richtig Power Potenziell Ah Zu knapp Ich glaube hier braucht man nicht so viele Straßen Okay man braucht ein bisschen mehr Straßen Wichtig wäre dann vor allem Dass das hier Kein Stahl sein darf Wir müssen es anders festmachen Hier nur einmal Stahlen machen Das ist natürlich total dumm Den hier dann zu verbinden ist selten dämlich Ah Der ist so knapp Ich glaube aber wenn ich hier Eine Feder hin mache Wird es insgesamt zu niedrig Ja Dann machen wir es kürzer Weniger Seil Das hier drüben auch noch festmachen Das einzige was jetzt gefehlt hat Das war leider die Die Einfahrt ins Ziel Ich wollte das so gegenhalten Kann das alles oben weg Wenn wir das unten festmachen Oder festher vielmehr Ich war gefühlt so nah dran Und jetzt vermassel ich es mir wieder alles Ich muss zurückgehen zu dem Punkt Wo es einigermaßen ging Das Speichern Weil es hat keinen Sinn heute Das war relativ gut Nur zu teuer Und nicht ganz Ne es war auch noch beschissen Irgendwas in der Richtung hier Davon war alles irgendwie dumm Egal Ich hoffe ihr hattet Spaß Habt beim nächsten Mal dabei Wenn es weiter geht Bei Master Mode Nächste Woche wieder Mit dem Level Wahrscheinlich auch noch Tausend Jahre lang Ihr kennt das ja Bis dahin alles Gute Und auf Wiedersehen